Hast du Bock auf eine neue Sims 4 Challenge? Die 4 Jahreszeiten Challenge Dein Sim verliert seine Eltern als Kind und wächst nun bei einem bösen Verwandten auf. Sie hassen sich und als Teenager rennt sie von zu Hause weg. Sie leben nun auf einem verlassenen Grundstück, alleine ohne Geld. Doch irgendwann lernt dein Sim jemanden kennen. Die beiden bekommen zwei Kinder. Doch da dein Sim eher kalt ist wie der Winter, kann er keine Gefühle zulassen und früher oder später trennen sie sich. Dein Sim ist ein richtiger Freigeist, liebt die Natur und will immer was erleben. Dein Sim verliebt sich auch sehr schnell und sehr oft und bekommt mindestens fünf Kinder von drei verschiedenen Leuten und heiratet mindestens zweimal. Dein Sim ist in einer chaotischen, aber liebevollen Großfamilie aufgewachsen und liebt es unter Menschen zu sein. Er ist ein richtiger Sonnenschein, hat immer gute Laune, hat ganz viele Freunde. Außerdem trifft er seine große Liebe beim Schwimmen. Dein Sim ist am liebsten alleine unterwegs und durch seine geheimnisvolle Art haben alle Respekt vor ihm. Außerdem hat er den Drang, Böses zu tun. Er ist außerordentlich schlau und weiß das auch. Sein Wissen nutzt er deswegen nicht nur für den guten Zweck und er hat ein dunkles Geheimnis. Außerdem hat er sehr viele Affären und bricht ganz viele Herzen, aber...